Herzlich Willkommen hier bei Gedankentage Stuttgart. Wessen Nachbar sieht so einigermaßen ansprechbar aus? Bei wem ist das so? Und bei wem ist das nicht so? Okay, dann bitte Bescheid sagen, wir brauchen da einen Defibrillator. Defibrillator? Nein. Ja. Nur mal angenommen, du könntest fünf Minuten deiner Zeit, deines Lebens investieren, um ein Menschenleben zu retten. Würdest du es tun? Wer würde das tun? Okay. Nur mal angenommen, du könntest zehn Minuten deiner Zeit, deines Lebens investieren, um ein Menschenleben zu retten. Würdest du es tun? Und zwanzig? Da hinten habe ich nicht geschreckt. Wartet ihr noch auf den Haken? Und genau darum geht es nämlich. Was haben wir eigentlich davon, wenn wir am Ende des Tages wissen, wie kann ich jemanden retten? Und deswegen müssen wir uns eine Frage beantworten, wo eigentlich Unfälle passieren. Und es ist so, ich stelle eine Frage und ihr schmeißt einfach Dinge rein. Müssen diese Antworten richtig sein? Nein, ihr schreit sie einfach rein. Okay. Also wo passieren Unfälle? Es gibt vier Bereiche, einfach mal rausschreien. Verkehr, Haushalt, Straße. Okay. Also ihr habt Haushalt gehört. Was haben wir? Verkehr habe ich gehört. Arbeit, Spielplatz. Im Meer. Im Meer. Ja, genau. Richtig. Das heißt Haushalt, Arbeit, Straßen, Straßenverkehr und natürlich in der Freizeit. Nur welcher von diesen vier Bereichen ist uns oder alle, aller gefährlichste? Was meinst du? Haushalt. Okay. Ihr wart euch einig. Sehr schön. Und jetzt schauen wir uns an. Im Haushalt passieren natürlich am meisten Unfälle und das per Statistik 35% aller Unfälle. Was schätzt ihr? Was steht am Platz Nummer 2? Verkehr. Welcher Verkehr? Die Freizeit. Richtig. Und zwar die Freizeit steht an Platz Nummer 2 mit etwa 30%. Jetzt haben wir noch zwei Bereiche übrig. Einmal haben wir den Straßenverkehr und einmal haben wir die Arbeit. Was ist gefährlicher? Die Arbeit. Die Arbeit. Richtig. Ja. Mit etwa 25%. Und wer mitgerechnet hat, wie viele Prozent bleiben übrig? Fast. 10% bleiben übrig für den Straßenverkehr. Jetzt müssen wir uns doch mal fragen, was denn die ersten drei Bereiche gemeinsam haben. Also Arbeit, Freizeit und der Haushalt. Wer befindet sich denn bei uns zu Hause? Wer ist denn bei dir zu Hause? Wer wohnt in der Partnerschaft? Mal strecken? Okay. Okay. Das heißt, zu Hause befinden sich jetzt immer Menschen, die wir kennen und lieben. Ist das so? Hallo? Da habt ihr ein klein wenig zu lange gewartet. Das ist diese Millisekunde, die entscheidend war. Wer wohnt alleine? Mal bitte strecken. Okay. Hat aber manchmal Menschen, die ihr kennt, die ihr durchs Nachhause einlädt. Bei wem ist das so? Okay. Oder Fremde? Okay. Das heißt, zu Hause bei uns befinden sich also Menschen, die wir kennen und lieben. Ist das so? Ja. Mit wem bist du in deiner Freizeit denn zusammen? Auch mit Menschen. Ich kenne und liebe. Auch? Genau. Super. Auch wieder Menschen, die wir kennen und lieben. Und wie ist es auf der Arbeit? Wer ist mit seinen Kollegen da? Alter, oben hier, da wird gestreckt, ja. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemanden retten müssen, den wir kennen und lieben, liegt dem Nachbar bei wie viel Prozent? 90 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eher den Bruder, den Nachbarn, den Arbeitsklägen retten muss, ist riesig. Die Frage ist nur, will ich überhaupt meinen Bruder retten? Wer von euch hat denn einen Bruder? Wow. Wow. Okay. Jetzt stell dir mal vor, dein Bruder braucht Hilfe. Wäre es dir wichtig, dass du weißt, wie kannst du deinen Bruder retten? Wäre es dir wichtig? Auf jeden Fall, oder? Jetzt bist du mit einer besten Freundin unterwegs und sie braucht Hilfe. Wäre es dir wichtig, dass du weißt, wie du sie retten kannst? Und wenn dein Arbeitskollege unter den Tisch rutscht? Bei dem ja, bei dem ja. Ist es ein Bewohner? Ist es ein Superstar? Kommt drauf an, ja. Aber grundsätzlich ist es uns doch wichtig, dass wir ganz besonders diese Menschen retten können, die wir kennen und lieben. Ist das so? Ist das so? Ja. Ja, auf jeden Fall, oder? Nur, damit wir es können, was müssen wir denn vorher tun? Sehr schön. Und zufälligerweise habe ich da ein paar Visitenkarten dabei. Ja. Ja, nur ein Thema haben wir. Wir haben ein großes Problem und zwar Zeit. Nicht nur ich habe ein Zeitproblem hier, ich habe noch 13 Minuten, sondern auch in der Notfallrettung haben wir Zeit. Ja. Jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir finden einen Menschen auf dem Boden liegen und dieser Mensch, der hat noch einen Herzschlag. Und wenn das Herz schlägt, dann pumpt es ja. Und was pumpt es dann? Genau. Und was ist im Blut drin? Genau. Letzte Woche hat er gesagt, Alkohol. Vielleicht. Kann auch sein. Nein, aber es geht hier um Sauerstoff. Und wenn das Herz also schlägt, dann bekommen wir dann 60 Billionen Zellen, aus die wir eben bestehen, den Sauerstoff, den es braucht, um zu funktionieren. Wenn das Herz aber nicht mehr schlägt, dann bekommt eben der Körper keinen Sauerstoff mehr. Und wir haben unterschiedliche Organe, die auch unterschiedlich auf Sauerstoffmangel reagieren. Eins ganz besonders sensibel. Welches könnte denn das sein? Einfach rausschreien. Gehirn. Nochmal? Gehirn. Das Gehirn, genau, richtig. Könnt ihr euch vorstellen, wenn das Gehirn keinen Sauerstoff bekommt, wann sterben die ersten Hirnzellen ab? Einfach mal schätzen. Drei Minuten, 20 Sekunden, weiter. Vier Minuten, zwei Minuten. Letztendlich habt ihr alle recht. Es könnten zwei Minuten sein, es könnten drei Minuten sein, es könnten zehn oder 15 sein. Es kommt immer auf die Umstände an. Im Durchschnitt sind es aber drei Minuten. Das heißt, wenn das Gehirn drei Minuten keinen Sauerstoff bekommt, dann sterben Hirnzellen ab. Und wenn wir Glück haben, dann kann sich dieses Gehirn erholen und wieder Arbeit aufnehmen. Bekommt aber diese Hirnzele länger als fünf Minuten keinen Sauerstoff, dann ist diese Hirnzele futsch und mir die Aufgabe, die sie hatte. Was könnte das für eine Aufgabe gewesen sein? Was macht das Gehirn den ganzen Tag? Was macht es denn jetzt gerade? Im besten Fall? Denken. Denken wäre super. Was noch? Gedanke tanken. Sehr schön, genau. Was noch? Vielleicht denkt sich jetzt, bitte? Atemreflex auslösen. Sprachreflex auslösen. Atem. Ach, Atemreflex auslösen. Sehr schön, genau. Richtig. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere von euch, also mein Gehirn macht gerade nichts. Da musst du dich echt enttäuschen. Während du denkst, dass dein Gehirn nichts tut, steuert es 21 Trilliarden chemische Prozesse pro Sekunde. 21 Trilliarden, das ist eine 21 mit 21 Nullen. Wer von euch füllt gerade so einen chemischen Prozess? Mal strecken. Das ist gut so. Also eine Aufgabe von dem Gehirn ist nicht nur Dinge wahrnehmen, sondern auch Dinge ausblenden, sonst kommst du hier ins Bürgerhospital und jeder, der aus der Gegend kommt, weiß, wann man da reinkommt. Und ganz schlecht kommt man da wieder raus. Das würde also bedeuten, wenn dieses Gehirn länger als fünf Minuten keinen Sauerstoff bekommt, dann ist diese Person im besten Fall behindert. Krass, oder? Nach fünf Minuten. Was sind fünf Minuten? Man geht hier raus, runter zu dem Empfang, kommt wieder hoch, sind drei bis fünf Minuten rum und schon haben wir im besten Fall eine behinderte Person. Irre, oder? Wir haben heute gehört, wir können zum Mond fliegen, aber eins können wir nicht. Bitte? Entschuldigung. Ins All. Wir können ins All fliegen, aber eins können wir nicht. Länger als fünf Minuten ohne Sauerstoff rauskommen. Ja, so ist das halt bei uns im Körper. Und jetzt machen wir mal etwas, was ihr vielleicht schon mal gehört habt und zwar, letztes Jahr kam eine Studie raus und die hat Folgendes ergeben. In Deutschland leisten etwa nur 15 Prozent der Menschen erste Hilfe. Nur 15 Prozent und der Rest macht nichts. Jetzt waren wir so gut und waren beim Rechnen, wie viel sind das dann, wie viel Prozent, die nichts machen? 85 Prozent tun nichts. Das würde also bedeuten, von zehn Personen machen neun nichts und einer tut was. Das ist doch schon irgendwie beängstigend, findet ihr nicht auch? So, und wenn wir uns jetzt mal durchspielen und sagen, was haben wir denn vorher gelernt? Das liegt da einer auf dem Boden und jetzt ruft man den Rettungsdienst und jetzt braucht er eine Weile. Was haben wir gesagt? Wann entstehen nochmal die ersten Schäden? Laut bitte. Drei Minuten. Wie viele Minuten? Drei. Drei Minuten, genau. So, und wann waren sie im Bleiben für immer? Nach fünf Minuten. So, und jetzt ist es so, wir reagieren mal genau so wie diese 85 Prozent. Wieso retten die Menschen nicht? Nicht, weil sie vielleicht schlechte Menschen sind, nein, sie retten deshalb nicht, weil sie unsicher sind und weil sie Angst haben, etwas Falsches zu tun. Wer kennt das? Ja, genau. Und jetzt machen wir das mal, weil gerade in dem Moment, während wir hier gemütlich sitzen und über ein sehr wichtiges Thema sprechen, passiert es nämlich hundertfach in Deutschland in irgendwelchen Wohnungen. Jetzt reagieren wir mal genau so wie 85 Prozent und jetzt liegt da jemand, den du kennst und liebst, dein Partner vielleicht und jetzt geht es in drei Minuten rum. Was ist jetzt leider passiert? Erste Schäden, sehr schön. Wir sind immer noch ängstlich, wir wissen immer noch nicht, was wir tun sollen. Wir haben immer noch Angst, etwas Falsches zu machen. Jetzt sind fünf Minuten rum. Was ist jetzt leider unwiederbringlich passiert? Jetzt haben wir schon eine behinderte Person. Und heute kommt der Rettungsdienst, nein, nicht nach diesen 15 vorgeschriebenen Minuten, nein, heute ist er in fast der Hälfte der Zeit da, die er tatsächlich brauchen darf, in acht Minuten. Selbst dann, wenn der Rettungsdienst in schnellen acht Minuten vor Ort ist, wie groß ist eine Überlebenswahrscheinlichkeit für einen Menschen mit einem Herzbestand, wenn wir einfach nur den Rettungsdienst anrufen, wie die 85 Prozent? Wie groß? Groß oder klein? Klein. Klein, sehr schön. Wir verlieren pro Minute etwa zehn Prozent an Überlebenswahrscheinlichkeit. Pro Minute. Wie viel Prozent? Zehn Prozent. Das würde bedeuten, nach acht Minuten hätte man welche Überlebenswahrscheinlichkeit nur noch? 20 Prozent. Das ist aber nur Überlebenswahrscheinlichkeit. Das hat nichts mit Lebensqualität zu tun. Was ist Lebensqualität für dich? Wer von euch ist heute Morgen alleine aufgestanden? Ich meine selbstständig. Das ist ja nicht das Gleiche. Okay. Oder bei wem war das so? Da hat der Wecker geklingelt, dann kam dein Partner oder dein Partner drin und hat gesagt, du Schatz, du musst aufstehen, dein Wecker klingelt und hat dich so ganz ganz romantisch aus dem Bett gehoben, hat dich in die Küche gebracht, hat dich da hingesetzt, dir einen Kaffee gebrüht und dann durftest du trinken. Bei wem war das so heute Morgen? Bei mir auch. Nein, nein, mein Vorsitzender. Auf keinen Fall. Wenn man die Wahlmöglichkeit hat, dass es einer für uns tut oder dass wir es selber tun, dann ist das Lebensqualität. Ist das so? Wenn wir die Wahl nicht mehr haben, wenn wir darauf angewiesen sind, dass es ein anderer für uns tut, dann ist das fehlende Lebensqualität. Ist das so? Ich hatte mal vor einem halben Jahr, ist da jemand umgefallen? Nein. Drei Minuten haben wir jetzt noch, ja. Okay. Vor einem halben Jahr hatte ich einen Teilnehmer bei mir und der hat bei einem, das war ein junger Mann, der hat bei einem Autounfall seinen linken Arm verloren. Da hat er zu mir gesagt, Ravi, weißt du von was, ich seit dem Unfall träume. Sag ich, nee, was denn? Ich traue mir irgendwann mal in meinem Leben wieder meine Schuhe binden zu können. Meine Hose hochzuziehen und den Gürtel zuzumachen, so wie jeder andere auch. Wer von euch hat schon mal versucht, mit einer Hand seine Hose hochzuziehen? Und bei wem sah das cool aus? Ja, ist schon komisch, oder? Und wir ärgern uns über Bewohner, wir ärgern uns über das Wetter, wir ärgern uns über Kollegen. Ja, sind wir unzufrieden? Und er sagt, hey, ich wünsche mir nur einfach eine Sache. Irgendwann mal in meinem Leben möchte ich wieder meine Schuhe binden können. Wahnsinn, oder? Und das reflektiert für mich auch so, und da werde ich auch wieder geerdet, wenn ich solche Situationen höre, wo ich einfach sage, hey, dir geht es doch richtig gut. Nur eine Sache ist doch klar. Wie wäre das, wenn jetzt die Person, die du kennst und liebst, nach acht Minuten, wenn der Rettungsdienst kommt, keine Hilfe da gewesen ist? Was ist jetzt im besten Fall mit dieser Person, die du kennst und liebst, passiert? Nach acht Minuten. Ich weiß nicht, ich komme jetzt mit dem Hammer. Was wäre da passiert? Im besten Fall. Behindert, richtig? Und im schlimmsten Fall, ihr habt es schon gehört? Ja. Hättest du irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben, mal ehrlich, hättest du Auswirkungen? Welche Auswirkungen hättest du gehabt? Wer wird sich Schuldvorwürfe machen? Jeder von uns, oder? Wird sich da irgendwas an deinem Leben verändern? Ja, definitiv. Wäre nicht so toll, oder? Wie wäre es aber, wenn du genau weißt, wie es funktioniert und dein Bruder, dein Partner bleibt am Leben, weil du alles richtig gemacht hast. Wie wäre das? Cool oder cool? Wer fände das gut? Naja, war nicht so... War Partner jetzt ein falsches Beispiel, oder? So ein anderes Beispiel nehmen. Also du bist dafür verantwortlich, dass dein Partner mit dir den Nux die nächsten 50 Jahre mit dir genießen darf. Das ist doch super, oder? Das habe ich das vorletzte Woche erzählt und sagte einer, der Partner war ja nicht das Problem, sondern die 50 Jahre, damit hat er ein Problem gehabt. Er hat gesagt, 20 würden auch reichen. Er hat gesagt, okay, 20. Aber was müssen wir denn dafür tun, dass man es genau in dieser Notfallsituation richtig gut beherrschen kann? Üben. Genau. Geht es ohne Üben? Leider nicht, genau. Und wieso wir darüber reden? Was ist meine Motivation? Ich habe ja früher ehrenamtlich im Rettungsdienst gearbeitet, aber wieso bin ich denn da hingekommen? Vor vielen Jahren, schaut mal, das ist Dadani. Werden sich die Leute fragen, wartet, bin ich das? Nein, das bin ich echt, das ist mein Neffe, drei Jahre alt. Immer dann, wenn er sich gefreut hat, wenn er gut drauf war, dann hat er gesagt, Power Ranger, hat er immer geschrien. Ja, das war echt irre. Und dann ist er dir um den Hals gesprungen. Also, das war ein richtiger Karim. Sein Herz war so voll gefüllt mit Liebe. Leider ist er ertrunken. Und alle Menschen um ihn herum wussten nicht, was sie tun sollen. Und das hat natürlich unglaublich viel Leid in die Familie gebracht. Und das war für mich der Startschuss, wo ich gesagt habe, wie hättest du eigentlich reagiert? Und ich wusste zu der Zeit auch nicht, was ich tun sollte. Was habe ich gemacht? Habe einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Der hat mich aber nicht befriedigt. Und dann war ein Freund, der hat eine Firma gehabt, die sowas gemacht hat, Erste-Hilfe-Kurs. Dann hat er mich gefragt, willst du nicht mitmachen? Dann hat er gesagt, genau das ist es. Aber vorher gehe ich in den Rettungsdienst, habe mich da ausbilden lassen. Und damit ist praktisch die Geburtsstunde der Firma entstanden. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, motiviert mich eins. Ich weiß, wenn ich vor meinem Teilnehmer stehe, dann hängt es an mir, verantwortungsbewusst, wie die Tanja uns das vorher erzählt hat, dass ihr richtig retten könnt. Und das treibt mich an, weil ich weiß, wenn ich meine Arbeit nicht gut tue, dann haben wir sowas Schreckliches wie dann Daniel. Und das wollen wir nicht. Deswegen gebe ich dir einfach auf den Weg. Habe keine Angst vor Fehlern, sondern mach einfach etwas. Du brauchst aber zwei Sachen, um da wirklich zu retten. Du brauchst Mut und Überwindung. Du brauchst zwei Sachen. Du brauchst Mut und? Du brauchst Mut und? Du brauchst? Und? Genau. Aber wer von euch stand mal auf dem 10-Meter-Turm? So wenige. Nehmen wir ehrlich, wer stand auf dem 10-Meter-Turm? Und wer ist gesprungen? Das ist nicht das Gleiche, oder? Ich stand mit 14 Jahren auf dem 10-Meter-Turm und mit meinem Kumpel Leo, der ist vor mir gesprungen und ich bin da so hochgegangen und weil er auch hochgegangen ist und weil ich gesehen habe, dass die 10- oder 11-Jährigen auch hochgegangen sind und gesprungen sind. Und schon beim Aufsteigen habe ich schon gemerkt, es ist eine scheiße Idee. Und dann stand ich da oben und gucke dann runter und dann sehe ich das Becken und dann habe ich mir gedacht, scheiße, das Becken ist so klein. Wer hat das Gleiche gedacht? Und dann wollte ich mich so umdrehen und dann war dieser 11-Jährige gestanden und rollt mit seinen Augen. Dann habe ich gesagt, was ist? Dann sagt er, springst du endlich? Dann habe ich, dann sagt, wir sehen uns. Dann sagt er, hoffentlich unten. Dann sagt er, an dem kannst du nicht mehr vorbeigehen. Dann sage ich, komm Rabbi, spring einfach. Dann habe ich meine Augen geschlossen und bin gesprungen. Aus 10 Metern. Mit geschlossenen Augen. Was kannst du mit geschlossenen Augen nicht? Sehen. Genau, sehen. Ich wusste erst mal gar nicht, wann komme ich auf. Und zweitens wusste ich nicht, wie ich gerade in der Luft stehe. Leo hat gemeint, das sah sehr schräg aus. Dass es schräg war, wusste ich, weil ich bin nämlich auf die rechte Seite aus 10 Metern aufgestoßen. Ja. Und dann wusste ich zögern, tut weh. Ich bin froh, dass dieser 11-Jährige bei mir gestatten ist und der mir von außen so einen Arsch gegeben hat und sagt, spring, sei mutig im Leben. Deswegen will ich euch zwei Dinge mitgeben. Sei im Leben mutig und überwinde dich, Dinge zu tun, die dir Angst machen. Weil nur so wirst du dich nicht verändern, aber du wirst mehr zu dir finden. Vielen Dank nochmal Stuttgart. Ihr seid absolute Weltklasse. Dankeschön. Vielen Dank.